Wer das gute alte Fleischerhandwerk schätzt, der besucht die Schlachterei Bergmann in Ratzeburg. Der traditionsreiche Betrieb wird heute von Björn Hob geführt. Gemeinsam mit seinem erfahrenen Team stellt er köstliche Fleischwaren nach lang überlieferten Rezepten her. Beinahe das gesamte Sortiment entsteht in Eigenproduktion und begeistert durch seine leckeren Gewürzmischungen. Neben zahlreichen hausgemachten Wurstsorten gibt es hier ein umfangreiches Grillsortiment, das keine Wünsche offen lässt. Großer Beliebtheit erfreuen sich die knackigen Wiener und der in der eigenen Schinkenräucherei produzierte Kartenschinken. Das Unternehmen bezieht sein Schlachtvieh nur aus der Region und legt dabei großen Wert auf beste Qualität. Diese offenbart sich im hervorragenden Geschmack der Erzeugnisse, die im Geschäft dekorativ präsentiert werden. Fleischerei Bergmann – persönliche Beratung und beste Qualität.